Ich zeige Ihnen heute, wie ich vorgehe, wenn ich eine Jeans oder eine Hose umnähe. Das ist die gleiche Herangehensweise. Also erstmal messe ich ab, wie viel Stoff abgeschnitten wird. Hier sind es 14 cm. Hier markiere ich mit der Kreide, um das richtige Maß zu haben. Das wird die Länge der Jeans, aber für die Naht brauche ich auch noch 3 cm. Deswegen zeichne ich hier nochmal 3 cm nach und schneide dann den Stoff ab. Das wird die Länge des Beins und hier werde ich gleich mit der Maschine umnähen. So, jetzt muss ich den Stoff nach innen einschlagen und die Naht vorbereiten. Ich mache das mit Stecknadeln. Andere nähen das mit einem einfachen Stich vor. Aber mit Stecknadeln geht es schneller. Jetzt drehe ich das Bein auf links und mache das gleiche mit dem anderen Bein. Jetzt platziere ich den umgeschlagenen Stoff unter dem Fuß der Nähmaschine und lasse den Fuß runter. Achso, ich habe übrigens eine relativ starke Nadel genommen, um das nähen zu können. Je fester der Stoff ist, desto stärker muss die Nadel sein. Es gibt 4 Nadeln mit verschiedenen Nummern. 100 ist die stärkste. Die ist also gut für Jeans. Jetzt stelle ich die Nähmaschine noch entsprechend ein. Da der Stoff sehr dick ist, muss ich das hier etwas nach oben stellen. So, den Anfang nähe ich kurz in beide Richtungen. So, fertig. Und dann mache ich sehr vorsichtig weiter, weil der Stoff an dieser Stelle sehr dick ist und ich die Nadel nicht kaputt machen möchte. Was ich machen könnte, wenn ich hier zu schnell nähen würde. Die Stecknadeln ziehe ich nach und nach raus. Das Pedal ist eigentlich wie im Auto. Wenn Sie schnell nähen wollen, müssen Sie stark drauf drücken. Wenn Sie langsam nähen wollen, weniger stark. Hier kann ich etwas mehr Gas geben. Die Stecknadeln ziehe ich dabei weiter raus. Jetzt komme ich zu einer anderen dicken Stelle, wo ich wieder etwas langsamer nähe. Manchmal helfe ich mir auch mit dem Handgriff aus. Mit der Hand muss man vor allem dann nähen, wenn der Stoff sehr dick ist und ich deswegen sehr langsam nähen muss. Dann ziehe ich hier die Nadeln raus und kann wieder etwas schneller nähen. Jetzt komme ich langsam. zum Anfang zurück und auch hier nähe ich wieder ein kleines Stückchen in beide Richtungen, um das Ende zu verstärken. Fertig. Jetzt schneide ich die Fäden ab und schaue nach, ob die Naht sauber ist. Super. Jetzt nehme ich das zweite Bein und mache das gleiche wie beim ersten Bein. Auch hier ist die Naht sauber. Super. Die Hose ist nun also sauber. Jetzt drehe ich die Beine wieder auf rechts und jetzt werden wir sehen, ob sie gleich lang sind. Ja, sind sie. Bis bald bei einem nächsten Video. Bis bald. Bis bald. Bis bald.